Die Heizung ist kaputt. Die Heizung in meinem Haus ist kaputt. Der Verwalter nimmt das Telefon nicht ab. Die Temperatur ist gesunken. Wegen der Kälte bin ich krank. Wann kommt Hausverwalter? Was du wirst machen, wenn Hausverwalter das nicht interessiert. Sehr geehrter Herr Mahler. Mein Name ist Maria Stange und ich wohne in der Südfeldstraße 4 in Bonn. Seit zwei Tagen funktioniert die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr. Das kam plötzlich und ich bin sehr überrascht darüber. Ich habe viele Male sie angerufen, aber bis heute habe ich sie nicht erreicht. In ihrem Büro gibt es niemand und ich höre nur ihre Anrufbeantworter. Was ist denn los und was muss ich jetzt tun? Die Temperatur in meiner Wohnung ist stark gesunken und sie deshalb bin ich jetzt krank. Ich habe nur kaltes Wasser. Wie kann ich so leben? Wann können sie einen Handwerker zu mir schicken, um die Heizung zu reparieren? Ich rufe sie ständig an und jetzt schreibe ich einen Brief an sie. Wenn ich in zwei Tagen keine Nachricht von ihnen bekomme, rufe ich eine Heizungsfirma an. Ich kann nicht ewig auf sie warten und ich bin schon richtig krank. Ich hoffe, dass sie keinen Urlaub haben und ich sie noch erreichen kann. Ich hoffe, dass alles klappt und ich werde am Wochenende wieder warme Heizung und warmes Wasser haben. Ich freue mich auf ihre baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen Erklung 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 Erklung